Pass auf. Spätestens am 31.12.2016. Heute ist unser Power-Ziel Golden Gate manifestiert. Yes! Okay, pass auf, pass auf. Der Human Trust, diese ultra gerne Plattform, ist erfolgreich auf der neuen Plattform gestartet. Yes! Glieder! Yeah! Okay, pass auf, jetzt ist ich noch ein drauf. Ja. Der Life Trust hat eine klare Firmenstruktur mit. Das Organigramm steht klar. Ich kann sehen, ich kann sehen. Jede Stelle ist perfekt besetzt. Nächster Schritt. Nächster Schritt. Komm, komm, give it to me. Alle Mitarbeiter schätzen ihren Arbeitsplatz sehr. Aber wirklich alle. Aber alle. Ich kann das fühlen. Und sie werden von uns total geschätzt. Ja! Jawohl, schätzt du deinen Arbeitsplatz? Ja! Die Ergebnisse der Umfrage vom 05.12.2016. Ja, ich kann mich erinnern. Die Weisner! Jawohl! Der Life Trust und der Gewinnstrasse kann agil und stabil weg! Jawohl! Ein Mensch ist keine Maschine, gebaut um das Hamsterrad der Welt am Laufen zu halten. Er gleicht vielmehr einer Blume, einzigartig und schön. Jeder von uns braucht optimale Bedingungen, um voll zu erblühen. Das größte Geschenk, was du mit uns allen teilen kannst, bist du in deiner schönsten und freiesten Version. Human Trust. Die Life Coaching Community für deine Blühen. Weil dein Leben kostbar ist. Weil dein Leben kostbar ist.